Gebt deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort drücken. Gehau, krass aus. Gehau, krass aus. Sech! Boah, ist das kacke. Ich kann nichts angreifen. Boah, ich muss das jetzt. Steuerung L! Steuerung L. Ne? Bin ich. Mir geht das. Geh mal in Menü rein, also in Einstellungen. Und guck mal. Wo sind wir denn? Wo müssen wir denn hin? Oh, da war ich noch richtig rum. Ja, Steuerung links. Müssen wir auch nicht wissen. Steuerung plus L. Damit kann ich aber auch nur den linken und rechten Platz wechseln, mehr nicht? Wo sind wir denn? Ach, ich hab die ganze Zeit die falsche Karre angeguckt. Ja, da steht irgendwo in der Karre rum, die andere. Müssen? Da hinten. Da, von dem Weg lang. Ah, natürlich. Ja, das ist schön. Schlecht. Waren wir da nicht ganz am Anfang? Ja, das ist schon mal her, ja. Ich glaube. Ich hoffe, wir gucken. Boah, dann müssen wir direkt in das Landgebiet wechseln. Oh, ups. Ach, Hinde. Warte mal, da ist die Portstation. Ja. Catch a ride, mach Hinde. Ja. Na toll. Das wäre jetzt eh das nächste Gebiet gewesen. Super, jetzt haben wir... Ja. Aber da wird schon wieder ein Autoding sein. Boah. Da war mal ganz am Anfang. Warum haben wir noch Quests für hier? Warum? Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ach, da ist noch... Da war ja nicht ein Catch and Ride. Ja. Catch and Ride. Mach Hinde. Hier. Hast du Spaß? Oh, cool. Eine P. Richtig gut. Das lohnt sich ja. Okay. Einfach mal fahren. Toll. Ich muss mit euch auch ein paar Korn. Ah! Sanctuary Hole. Willst du nicht? Was ist denn das für... Hä? Ne. Was denn? Das ist die... Ach so das ist... Wir haben Caustic Coveans angewählt. Wieso schickt der uns jetzt in... Haha. Hier war der Harry. Ja hat man früher Harry gelebt, ja. Wie geht das weiter? Ist hier nicht die Story-Mission? Warte mal. Wir haben auf jeden Fall eine Mission hier. Oder auch nicht. Ah, hier. Sanctuary Hole. Wohlbehalten. Oh. Da muss ich nicht... Palangoliath? Habe ich das richtig gesehen? Ja, gucken wir mal erst mal. Ja. Oh, der hat schon den Kopf weg. Der hat schon Spaß. Oh, geil, wenn man nichts machen muss. Da ist noch einer. Da muss ich auch den Kopf weghauen. Ich darf er mal ein Stück zurück. Er rennt da rein. Ist doch lustig. Ich darf einfach mal ein bisschen kiten. Hoch. Ja, super. Der ist tot. Boah. Ist noch einer. Wie der ausrastet, ne? Äh. Komm mit. Bitte rocken. Komm hier hoch, Bettis. Stumpen. Ja, haha. Da ist noch einer. Alter. Oh, ja. Hast du Spaß? Ich hoffe. Deine Mutter! Deine Mutter! Ohah. Oh, ja. Wie bist du denn? Oh, ja. Oh, ja. Ist das Spaß oder so? Was ist denn der scheiß Goliath jetzt, ey? Der törtelt hier hin? Der springt hier hinten irgendwo rum. ja der kloppt sich kopf mit dem anderen goliath ach komm mit der goliath kloppt dich wie lange der braucht aber ich war auch einer wo das ist die getöteten dann machen wir dann geschützt weg vertötet sachen weil schlecht für das spiel stimmt ja jetzt gerade schon na super der ist gestorben so was verrecken die denn immer so schnell hier ist ein zwerg goliath aha kommt weg haha voll süß oh nein nicht der goliath komm mit hier sind die gegner wie süß der aussieht so das ist doch ein goliath oh nein jetzt habe ich den am arsch der kleine alter wie gut der eifer ist na ha 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 oh der hat unglaublich viel getroppt ja normal weil er auch noch erst rasend war irgendwie äh war hier falsch ne kann das ja müssen wir jetzt zurück können wir den save aber warte mal wir müssen doch nur drei von den dingern da töten hier vorne ist ein fahrstuhl ne glaub ich hier ach ne guck mal wir müssen ach du das ist eh unter uns wir sind schon richtig wir müssen runter warte ach so aber doch ich habe erst gedacht da drehst du wieder und kommen 8000 gegner hier ist da ist ein goliath lass den ach mal seinen job machen na ok wenn der mal seinen job machen würde geh weg geh da rein ein ip der ist fast tot warte ist er tot? ja ist in ordnung ist es das? boah ist das denn für ne fette maschine guck mal ob da irgendwo ein kabel abgeht sagt ihr die snuff machinery? snuff machinery warte mal ich hab grad irgendwann durch die decke durch benutzt ich hab keine ahnung was ich hab keine ahnung was dann geh im kabel ab warte mal sp 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 oh 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 ich bin gefallen so hier kann man da dinge benutzen ha geht er einfach so ist mir völlig egal ho ho ja man muss halt irgendwie aufkriegen ne was denn war da war rotes kabel das geht hier ab da lang ein geheim versteck so hoch hast du doch mal nicht aus ich versuche hat im roten kabel hier zu folgen wenn wir da hinten rein können hier lang wurde deshalb gar nicht gut das ist das kabel oder untere rotes kabel ist das beide runter nein ja das sind ja das geht beides da hoch ne hat man hier drin ist was hier rein da hätte ich da oben müssen wir da hoch ne ach so da oben da dran das ist hier dran ja ist klar da ist dann dran und dahinten da ist auch die wand das wollen wir ausmachen ich glaube da muss oben sein rein theoretisch praktisch sieht das wahrscheinlich wieder ganz anders aus weggepackt bist du gestorben jetzt das verstehe ich gerade selber nicht ja das ist so ein bug mir auch schon mal passiert so hier muss das irgendwo oben ankommt ach da hinten kann man auch so rüber ich sehe das gar nicht mehr das kabel hier ist das ach so da dann geht das da hin da muss nicht davon ja genau da muss hat sein ja genau da muss hat sein ja das ist mich immer mal so dinge da muss ja von dem kabel hinterher wo ich bin gut dass der mitchell so gut aufgepasst hat ja los geht's warte doch mal auf mich so du bist schon da unten bist du runter gesprungen ja ich bin nach ganz unten gesprungen bist du dem ding wo wir ins nächste gebiet kommen so aber ich bin jetzt an dem ding wo er dann offen gegangen ist kannst du mal hochfahren hier haa offen da ist ne kiste ich hab gar nicht gesehen was dazu war ich hab einfach nur diese elektroklumpen da gesehen scheiße 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 mundi mundi hat sich nicht gelohnt hier hinzulaufen so ein repeater und so ne kacke schlechte kombi trifft du guernsohn ey wieso war da keine shotgun wenn wir irgendwann mal ne gelbe shotgun oder so finden dann kannst du mich auf den arsch lecken ja brauche ich doch eh nicht hör mal du cheater weiter geht's das finde ich schlecht ey verlad nicht sieht aber ganz schön güllig aus warst du hier schon? ganz schön güllig ne scheiße ich bin mehr als gespoilert ich hab das ganze gebiet hoch und runter gezockt geil so Freunde und weil ich so schön gespoilert bin werden wir jetzt mit was anfangen was man eigentlich nicht direkt macht sondern irgendwann in acht wochen erst jetzt machen wir jetzt den sepp den ja er ist mal hier hinten weil nämlich der wahrscheinlich äh alle von den zuschauern das eh schon kennen und sagen ey holt ihr microskin ey holt ihr microskin machen wir das jetzt auch so ich muss ja ganz kurz auf die map gucken ok ist noch nichts entdeckt das heißt wir können jetzt erstmal suchen ich weiß gar nicht wo das genau war so ungefähr hör auf obwohl das ist voll dumm warte mal finde den safe ok das ist hier oder was aus unsere warte mal ja noch wir wir dann wir